Hallo und Willkommen zurück zu einer neuen Folge SlimeRanger. Wir, was wollten wir denn heute machen? Genau, wir wollten hier hinten den Weltpark freikaufen. Kaufen! Hallo? Oh! Oh, mir fehlt etwas Money! Hier, fresst euch mal Satz, gebt ne Kacke! Oh, sechsen? Oh! Hallo? What the fuck? So viel schon? Wird das leicht? Hä? Hier jetzt etwas fallen gelassen? Ne. Bei dem liegt auch nichts mehr drin? Gut. Ähm... So, und jetzt kommt der Weltpark! Kaufen! Will nicht angehen! Was? Haha, meins. Meins. Was? What? Meine. What? Hallo? Hallo? Hört... Hört auf! Hahaha, was war denn das? Geil! Ach wohl! Meins. Gott, was ist denn hier los? Wieso spawnen hier so viele Hühnchen? Okay. Was ist das? Bum! Hahaha, geil! Ähm... Ähm... Hier! Olympische Spiele! Ich bin immerhin der... Blablabla... Ich bin immerhin der... Blablabla... Warum hab ich jetzt... Warum hab ich jetzt... Warum hab ich jetzt eigentlich die Hühnchen eingesammelt? Kann mir das jemand erklären? Äh, hier, dieses komische Steinhuhn will ich nicht haben. Tschüss! Oh! Hab ich schon, will ich nicht! Äh... Äh... What the fuck? Wo bin ich hier? Okay! Boing! Ähm... Äh... Hä? Okay... Ich versteh schon... Irgendwie... So... Ja... Aber interessant, dass es hier noch weiter... Hier ist wieder so... Mann, ich will die scheiß Kapseln aufkriegen! Äh... Jetzt muss ich was gucken... Äh... Hier... Option... Option... Input... Schießen... Ja... Schockwelle... Maus... Mitte... Oder Kuh... Ähm... Wasser? Warte mal... Schockwelle ist cool! Pfff... Oh! Cool! Äh... Jetzt will ich was testen! Pfff... 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 Mann, verfluchte Scheiße noch, ey! Jetzt will ich die scheiß Dinger aufkriegen! Kann doch echt nicht wahr sein hier! Garten! Kaufen! So... Ab da jetzt davon! Ab da jetzt davon! Oh, da gibt's wieder ordentlich Steinkacke! Äh... Für das hinten braucht's ich glaube 10.000! Ja! Also... Machen wir nichts anderes als Geldfarm und uns noch ein paar Slimes besorgen! Würde ich mal so sagen, behaupten, tun, machen... Ja, genau! Ähm... Darunter aber auch pinke Slimes! Denn so gut aussieht, habe ich für jeden Slime hier ein Gehege! Und warum soll man das nicht nutzen, ne? So, auf jeden Fall... Die kommen jetzt auch dazu! Ähm... 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 Oh, du misset! Ey, du... Dämisches... Kackvieh! Fällt denn dir ein? Hallo! Drei! Da! Vier! Das ist kack! Wieso hab ich denn eingesaut?! Oh, Leute! Über den Herzrühmen kacken die zweimal?! Das ist ja cool! Uah! Du Arsch! Geh weg! Du explodierst mir zu schnell! Ah! Ah! Nein! Ach Gott! Oh! Ähm... Verglückt euch damit! Kann ich die Uhr einsaugen? Nee! Ja, da holen wir uns erstmal ein paar Knall-Slimes! Was? Ach Gott! Ey! Äh... Da drüben komme ich auf jeden Fall auch hin! Okay! Da werden wir dann gleich mal hinfladern! Ähm... In der Hoffnung, dass ich nicht grad äh... So... Ja... Und... Genau! Sterben werden tun müssen! Hier! Knall-Slimes! Ihr bleibt hier drinnen! Ähm... Eins! Was esst ihr eigentlich? Fleisch! Also Hühnchen! Dann fressen die Hühnchen! Äh... Boah! Was ist denn hier los? Haben die Dünnschiss? Was? Die leiden doch bestimmt an Fladdersch... äh... Fladderschiss! Äh... Ähm... Alles klar! Die Viecher freuen sich erst mal in Kula-Keks! Das war Lampe! Ich brauch... Ne... Herzrüben hab ich doch! Achso! Ja! Wir wollten ja mal versuchen hier so... Nein! Leuch! Komm hier wirklich rüber! Läuft! Was ist das? Was? Boah! Ein kack pinker Slime! Ernsthaft? Uah! Hallo? Lampe? Die war weg! Uah! Wo bin ich denn hier? Ja! Wo bin ich denn hier? Ja! Kann ich nichts mitmachen! Ne, ich nehm lieber Gemüse mit! Aber... Was? Und... Du willst mich jetzt so verarschen, oder? So gegen Gemüse dabei, oder kommen so ein riesen Viecher! Was? Au! Ey! Hau! Ab! Den! Ich soll dir erzählen... Whether... Sag jetzt mal oder? Jetzt... Äh! AHHHH! Nein! Au! Jetzt! Jetzt sag mal! Ap! Ein... Estat so... Ja, alles verloren was ich im Inventar hatte, alles verloren was ich im Inventar hatte. Das ist fies und gemein, 1, 2, 3, 4, 5, du bist alt, raus mit dir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Ähm, hier, was? Ja, gut. Oh, das ist leer. Ähm, ja. 2.000, oh, oh, ganz viel Kassalien. Wenn ein paar schon vergammelt sind. Und die Herzlügen. Guck mal. Ähm, hier hatten wir einen Melonenbaum. Der gibt auch gut Ertrag ab. Ich wollte irgendwas, irgendwas, irgendwas. Ähm. Was wollte ich denn? Ach ja, hier, genau. Ah ne, warte mal, das müsste ich woanders hin machen. Das müsste ich bei meinem Häuschen hin bauen. Das heißt also hier hin. Zerstören. Ähm, wenn man geht, also packt... Was? Kann man nichts mitnehmen, wenn man geht, also packt es ins Silo. Einfach mal kaufen. Okay. Ah. Haha. Gut, dann können wir da drin natürlich auch schön Sachen lagern. Ach, hier komme ich denn noch nicht hin. Ähm, palim, 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 palim. Das war falsch. Oschloch. Kackt der jetzt so schwer aus? Tatsache. Ja. Hahaha. Gibt mir Geld. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Ja, gut. 96 Dinger, Alter. Was soll ich dazu noch sagen? Die gehen halt einfach ab. Ja, hier kommt nix mehr. Alter, 96. Läuft. Ey, die Schnauze. Äh, 96. Hammer. Und wir kriegen dafür 17. Joa. Kommen wir leider trotzdem nicht an die 10k ran, aua. Läuft. Läuft, läuft und läuft. Läuft. So. Ähm. Bum 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 bum. Bipipipipipipipipipipipi Ja! Damit habe ich, um ehrlich zu sein, jetzt nicht gerechnet, dass ich das 96 Dinger gut kriege. Ich weiß gerade nicht, was ich mache, tue, was auch immer. Oh, hier bin ich ja wieder bei meinem, okay, läuft, ach, guck mir mal an. Guck mir mal an. Da ist ja noch schon eine Katze. Deswegen spawnen hier so viele Hühnchen. Oh, hier. Eins, zwei. Äh, das sind Steinhühner, die will ich nicht. Äh, äh. Wobei doch, da könnte ich auch einen sacken. Der frisst ja auch. Das sind voll die Kannibalen. Normale Slimes essen. Einfach mal ein paar Hühnchen auf. Äh, ja gut. Ey, das war langweilig. Äh, nein. Nein. Wir holen uns noch ein paar Hühnchen. Und, das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Bleibt entspannt. Genießt den Tag. Und Bye Bye. Bye.